Hallo ihr Lieben! Heute habe ich so ein kleines Jahresupdate nur kurz für euch. Ich dachte mir, ich gucke mal, wie es so mit meinen Challenges bisher steht und wie es so aussieht. Und zwei Drittel des Jahres sind vorbei und ich dachte mir, das ist mal so eine gute Möglichkeit, ein Fazit zu ziehen, wie das bisherige Jahr für mich gelaufen ist. Und ich dachte mir, euch interessiert das sowas eigentlich auch immer mal ganz gerne. Deswegen lasse ich mich, erzähle ich euch heute einfach mal, was bei mir so im ersten, zwei Drittel des Lesejahres passiert ist. Das macht dieser Satz Sinn, ich habe keine Ahnung. Und ja, darum soll es heute gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Mein Zwischenstand, wie sieht es dieses Jahr bisher bei mir aus? Ich hatte mir wieder die Goodreads Challenge gesetzt mit 100 Büchern und ich habe aktuell 82 von diesen 100 Büchern gelesen und mein Handy klingelt. Verdammt, Moment. Jo, jetzt hat der Mutti gerade angerufen und Milo ist auch geflüchtet in der Zwischenzeit, der liegt jetzt hier vorne in der Sonne. Und ja, ich war gerade bei meinen Challenges stehen geblieben. Ich hatte euch gerade gesagt, dass ich aktuell 82 von meinen 100 Büchern auf der Goodreads Challenge gelesen habe. Es sieht also sehr, sehr gut aus für die restlichen 18 Bücher dieses Jahr. Ich denke, die sollte ich auf jeden Fall noch schaffen. Und ja, ich denke, dass ich diese Challenge wieder schaffen werde. Also bei der Goodreads Challenge sieht es dieses Jahr echt gut aus mit 82 von 100 Büchern. Ich denke, die 18 Bücher kriege ich in den nächsten vier Monaten noch gelesen. Und ja, was die anderen Challenges betraf, ich hatte noch die 18 für 18 Challenge. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe davon fünf Bücher aktuell gelesen, von diesen 18 für 18. Irgendwie ist das nicht meine Challenge. Ich habe die 2017 auch schon versorbeutelt. Also ich weiß nicht, es klappt bei mir einfach nicht, mir das vorzulesen, diese Bücher zu lesen, die auf diesem Zettel stehen. Obwohl das Bücher sind, die ich schon lange lesen möchte. Aber vielleicht habe ich ja zwei, drei Bücher doch noch zu lesen von dieser Challenge. Ich versuche es auf jeden Fall, dass ich vielleicht wenigstens die Hälfte geschafft habe. Und ja, also da sieht es momentan nicht ganz so gut aus. Ansonsten hatte ich ja immer noch meine Reihenabbau- und Reihenfortsetzen-Challenge. Da bin ich momentan ganz gut dabei. Ich habe, glaube ich, noch fünf oder sechs Reihen, die ich dieses Jahr rein theoretisch beenden könnte. Wo die Bücher dieses Jahr noch erscheinen oder schon erschienen sind. Wo ich die Bücher teilweise auch schon hier habe, wo ich die beenden kann. Also ich glaube, da habe ich noch fünf oder sechs Stück rein theoretisch, die ich beenden könnte. Ich habe aktuell dieses Jahr elf Reihen beendet. Ich zähle auch die Logien zu den Reihen, weil alles, was mehr wie ein Teil ist, ist für mich eine Reihe. So, also habe ich insgesamt dieses Jahr elf Reihen beendet in dem Sinne. Und ich habe auch Reihen abgebrochen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das waren sieben Stück, die ich abgebrochen habe. Das heißt, da habe ich die ersten Teile gelesen und habe mich dann entschieden, nicht weiterzulesen. Und ja, also sieben Stück, das ist eigentlich auch schon eine ganze Menge. Bücher habe ich auch einige abgebrochen. Dann entsprechend zu den Reihen halt habe ich auch noch ein paar Bücher abgebrochen. Und ja, wo ich einfach sage, das war nichts für mich. Aber ich finde, das hält sich noch im Rahmen mit sieben Reihen. Ich habe auch schon einige Reihen so weit gelesen, wie ich sie beenden konnte. So wie zum Beispiel die Gestaltenwandel-Reihe. Da habe ich jetzt aktuell alle Bücher gelesen, die es bis jetzt für diese Reihe gab. Da kommt im Januar der neue Teil und den werde ich dann auf jeden Fall auch lesen. Also was das betrifft, bin ich auch auf guten Stand. Da habe ich auch noch ein paar, die ich lesen könnte. Ich denke, das werden so auch noch so zwischen 8 und 10 sein. Aber, also 8 und 10 Reihen, nicht Bücher, die reden hier von Reihen, die ich lesen könnte. Aber ich versuche da echt dran zu bleiben. Und ich bin da auch echt dran, wenn ich Reihen anfange, die dann auch schnellstmöglich fortzusetzen. Ich werde jetzt auf jeden Fall ja noch das Gold der Krähen lesen. Damit wäre diese Reihe ja auch beendet. Dann lese ich jetzt auf immer gefangen, dann wäre diese Reihe auch beendet. Dann habe ich hier noch liegen, wie die Erde um die Sonne. Das ist ja auch der letzte Teil dieser Romance Elements-Reihe. Dann hätte ich diese Reihe auch beendet. Also ich werde jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall noch drei Reihen beenden. Dann wäre ich schon bei 14. Also es sieht doch eigentlich ganz gut aus für mich. Und ja, also das ist so mein aktueller Zwischenstand her, was meine Challenges betrifft. Und ansonsten kann ich nur sagen, dass das Lesejahr für mich bisher recht erfolgreich war. Ich muss aber sagen, ich hatte noch nicht das Buch, wo ich sage, das ist das Jahreshighlight für mich. Das habe ich bis jetzt leider noch nicht gelesen. Dieses Buch vermisse ich noch. Aber es kommt Ende September von C.L. Wilson. Die Wellen singen, wenn der Sturm ruft oder sowas. Und ich vermute, das könnte auf jeden Fall so mein großes Jahreshighlight werden. Ich hatte schon viele, viele gute Bücher dieses Jahr. Wie gesagt, auch einige richtig schlechte, die mir so überhaupt nicht gefallen haben. Also im Prinzip gibt es ja keine schlechten Bücher. Es ist ja immer alles Geschmackssache bei Büchern. Und deswegen, also es waren schon einige Bücher, die mir persönlich jetzt nicht gefallen haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, schlechte Bücher, das wäre falsch. Und ja, es gibt aber auch noch einige, wo ich sehr, sehr gespannt bin dieses Jahr, die rauskommen. Revenge kommt ja auch noch raus. Wicked kommt raus. Renegades kommt noch raus. Also das sind alles Bücher, auf die ich mich schon wahnsinnig freue, wo ich auch sehr gespannt bin, die zu lesen. Und wo ich denke, dass das ein oder andere Jahreshighlight vielleicht noch versteckt sein könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, mehr gibt es zu meinem kurzen Zwischenstand eigentlich auch nicht zu sagen. Ich überlege, ob ich euch gerade noch irgendwas erzählen könnte. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen. Andere Challenges habe ich ja nicht gemacht, weil es macht bei mir einfach keinen Sinn mit den Challenges. Ich sitze jetzt wieder bei der 18 für 18 Challenge. Das dringt einfach nichts. Ich kann keine vorgegebenen Bücher lesen. Ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht, auch die Reihe und auch Bücher zu bestimmten Themen zu lesen. Ich kriege es einfach nicht hin. Das ist nicht meins. So. Egal. So ist das jetzt halt. Und ja, wie sieht es denn bei euch bisher aus? Wie waren denn eure ersten zwei Drittel des Lesejahres? Waren sie auch schon relativ erfolgreich? Oder sagt ihr so, dieses Jahr läuft es irgendwie so gar nicht? Habt ihr euch Challenges gesetzt? Wie sieht es da aus? Schreibt mir eure Meinungen, Antworten, Informationen gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.